Ja, hier in der Langgasse hier in Bern, schau mal den Pharaonentempel hier an. Unglaublich. Da ist sie dann. Die Isis. Da Sonne Hieroglyphe. Hoppla. Himmelsgleiche. Nochmal Sonne Hieroglyphe. Das ist hinter der Universität hier in Bern. So, die Isis. Ein ganzes Tempel, eine ganze Säule für sie. Und da sind occulte Zeichen da drauf. Okay. Und da vom Isis, da schaut man einfach rum. Dann ist hier überall das Bündnis. Da Bündnis, da Bündnis. Also ist ja klar, wer da wohnt. Dann noch mehr Bündnis. Okay, überall. Das gehört dann den Pharaonen hier. Geheimzeichen. Und da wo das Bündnis ist, hier, gucken wir da oben, der Dreieck der Freimaurer. Alles ist ja da. In der Fassade da. Hier sind wir dann, der See Lac Le Mans bei Lausanne. Aber was wichtig ist jetzt, ist hier das Bundesgericht. Das Bundesgericht mit zwei Obelisken da. Zwischen diese zwei Typen. Das sind die Diener. Die Männer auf beiden Seiten. Die Diener von der Isis. Und da sind die Schwester der Isis. Wie bei einem Olympischen Spieler. Der erste Platz ist in der Mitte und ist etwas höher. Schau mal die Brüste. Das ist ja eine Frau. Da auch. Alles Frauen. Soweit man noch von Frauen reden kann. Und da diese Gartenzwerge. Schweizer Gartenzwerge. Nehmen da an. Da. Mit der Obeliske in der Mitte. Palette de Justiz. Das Bundesgericht. Da. Da sind die Verbrecher. Und was sehe ich dann da in Lausanne? Wow. Alles drauf und dran. Hier beim Bahnhof in Lausanne. So. Hier bin ich in De Le Mans. Oh, so eine schöne Brücke. Was machen die zwei nackten Homos da? Okay. Aber was wichtig ist, ist da. Die Sonne hier rückliefer. Überall. Und. Das Bündnis. Mit der Teufel nebendran. Also was es dann auch ist. Vielleicht ist die Isis sogar. Ist das wie ein Chineser. Ja. Und dann haben wir da auch nochmal das Symbol. Der Freimaurer. Da oben drauf. Dieses Dreieck. Also es gibt es überall. Also hinter mich auch. Aber ich kann jetzt nichts filmen wegen der Sonne hinter mir. Okay. Also De Le Mans im Jura. Überall. Die Pharaonen. So. Jetzt sind wir hier in De Le Mans oder Delsberg. Wo die jurassische Behörden sind. Man sieht sehr deutlich die Zeichen der Freimaurerei. Und also kurz die Pharaonen. Das runde Zeichen hier. Was man sehr oft sieht auf den Fassaden. Oder der Dreieck. Und das ist noch ein neues Gebäude. Also es lebt noch. Und da auch. So. Jetzt gehe ich ein bisschen näher dran. Also das ist dann die andere Seite hier. Sehr deutlich. Das Zeichen der Templer auch oben drauf. So wie im Schloss Spitz. Also verigert hier. Die Schweizer. Vergiss es doch. La Tête du Mors. Den Morenkop. So wie in Corsica. Und. Eine riesige Obelisk. Richtig groß. Fürchterliches Ding. Es könnte sein, dass es echt ist. Hier hat es eine sehr lange Geschichte. Eine alte Römer Stadt. Ich denke, dass. Avange gibt es schon mal mehr als 2000 Jahre. Ja. Okay. Fürchterlich. Ja. Das Amphitheater von den Römern. Hier in Avange. Das Schloss. Und da der Obelisk. Alles zusammen. Also die sind schon lange hier. Und natürlich César. Sarkönig. König vom Rom. Sarkophag. Sarkozy. Die sind schon lange hier. Die Römer waren auch die Pharaonen. Nicht das Volk. Aber. Die die Macht haben. Wahnsinn. Hier in Avange. Der Eingang vom Schloss. Wiener Pharaonen Tempel. Unglaublich. Mit dem Dreieck der Freimaurer. Da. Und da ist noch sogar. Der Totenkopf. Skull and Bones. Der Freimaurer. Immer anwesend. So ein Eingang. Okay. So das sollte hier eine Templerkapelle sein. Hier bei Fribourg. Bei in der Nähe von La Chapelle de Lorette. Der eine sagt es ist eine. Der andere sagt es ist nicht. Auf jeden Fall. Symbole sind hier. Das Templerkreuz ist hier. Mit der Nummer 13. Komisch. Dann nochmal. So. 14. Wieso denn. Und es heißt Notre Dame du Carmel. Carmel das ist auch irgendwo da bei Jerusalem. Es gibt so einen israelischen Wein der heißt so. Ja. Ob es dann eine Tempelkapelle ist oder nicht. Auf jeden Fall ist die Sonne Jerubglifa von den Pharaonen ist da. Die Schwester der Isis. Das habe ich noch nicht in einer Kirche gesehen. Gut. Ja also hier in Zürich ist ganz deutlich. Zwei Obelisken da vorne. Komisches Gebäude. Da stehen da noch. Zwei auf dem Dach. Mit Erddomination. Ganz dünne. Und. Das ist ein komischer Tempel da. Da machen sie sicherlich auch Zusammentreffen oder so. Sehr komisch. Es fängt an zu regnen. So nochmal von der anderen Seite. Ah ja. Da oben drauf sieht man dass es zwei sind. Immer zwei. Und hier neben da an. Wieder ein Obelisk. Überall. Ich weiß nicht was drauf steht. So. Ja. Also hier bei den Schlöschlitreppen in St. Gallen. Da eine Art von Obelisken. Und da. Aber die Schlimmsten die kommen dann hier. Wahnsinn. Zwei. Und das heißt hier wohnen die Pharaonen. Mit den vier Elementen und alles. Lateinische Freimaurer Sprüche. Muss ich mal nachschauen. Deum, meum, in. Vokabel. Ja. Und da das Dreieck der Freimaurer. Klar. Also da wohnen sie die Pharaonen. Hier in St. Gallen. Also noch hier in St. Gallen Schlöschlitreppe. Dann haben wir da die Obelisken. Und ein Tempel hier mit Freimaurer Dreieck und das Bündnis. Alles drauf und dran. Das ist eventuell die Sonne-Jeroglyph auch noch. Und da wieder die zwei Obelisken von vorher. Hier in St. Gallen im Quartier Röteli. Und da auf der Tür die Dreieck der Freimaurer und die Sonne-Jeroglyph in eine ganz andere Form wieder. Ich weiß nicht, was alles da drin ist. Wie eine Art von Tempel hier. Tannhalde. Na ja. Gut. Also noch immer hier im Quartier Röteli in St. Gallen. Überall Knospen da auf dem Dach. Das heißt, hier geben wir so und so viel Nachkommen der Pharaonen. Das Saat ist hier. Bewacht von zwei Löwen. Ein Tier, was nicht aus Europa kommt, aber eher aus dieser Region des Mittleren Ostens. Und ein Merkmal der Könige. Und da ist die Sonne-Jeroglyph in einer Form, die ich eigentlich noch nie gesehen habe. Es sind das Runde innen drin und die zwei Balken da. Also eigentlich ganz schön. Aber wenn man weiß, was es bedeutet, ist es weniger schön. So. Ja. Grün hoch. Ja, also hier in Rheinfelden, Basel-Land, ist es, glaube ich, ist es voll mit Obelisken hier. Da steht einer. Da haben wir überall die Freimauerdreieck. Es ist nicht notwendig für die Konstruktion. Da oben hat sie es nicht. Es sind reine Erkennungsmerkmale. Geheimzeichen. Macht das Haus nicht kaputt in Zeiten des Krieges und töten die Menschen nicht. Und wir machen sich fertig, die Europäer und die Schweizer. Ja, jetzt gehen wir da zum Hotel neben dran und gehen mal schauen, was wir da sehen. Das Hotel heißt Schützen. Wie kann das auch anders? Zwei Arten von Obelisken, aber... Naja, nicht ganz. Aber dann schauen wir nochmal auf die Fassade, wir gehen da drin. So. Ja, Schützen. Und was sehen wir da? Da ist dann ein kleiner Obeliskus. Merkmal, Gernzeichen. Hier in Rheinfelden. Ja, hier sind wir dann im Worb laufen vor dieser Tigris. Spezielle Einheit Antiterrorpolizei, aber von den Pharaonen. Und Tigris ist natürlich nicht von der Tiger, aber von Tigris und Euphrat Babylon. Ägypten, Pharaonen, Nebukadne, Sar. So wie Sar heißt König. Also das sind die Schweine. Sonst überall in der Schweiz, manchmal noch größer, gibt es einen Scheiterhaufen. So wie das hier. Das wird dann am 1. August oder 31. Juli. Auf ihrem Nationalfeiertag wird das da verbrennt. Und sie feiern damit den Mord an den Europäer und ihre Kinder. Weil die Maleus Maleficarum ist ein Buch, das von zwei Schweizern geschrieben worden ist. Von Heinrich Kramer in Jakobus Sprenger. Das war ja eine Schweizer Idee. Der Hexenhammer. Ja, und das mit dem 1. August, das habe ich schon erklärt. Also den Scheiterhaufen am 1. August. Und die Schweizer wissen es noch sehr, sehr gut. Das feiern sie dann. Den Mord an den Europäern. Den Mord an den Europäern.